Straf-SWT gemacht habe ohne Autos Anfang laufen, das war halt bei mir so Tyler Also er ist davon überzeugt, dass ich Tyler war und... Was los? Ja Ich lasse dich an der ARIA einfinden und mit Black und MonsterTV die fünf ARIA rum Ey, warum denn? Wegen Gast und Petey Garage mit TASER zum Beispiel Ich hab ihn aber nicht getatet Warum nicht mal rumgeschossen Ich hab's gerade von drei Mann gemacht Ey, ich hab aber nicht geschossen Trotzdem bin ich immer mit deiner Diegel unterwegs Also weil ich auch nicht warum ich Täter hatte auf einmal Heute bin ich das meistens am Täter gefahren Da wurde dein Name genannt Also entweder du kannst gegenbeweisen oder keine Ahnung Okay, dann lauf ich halt Für Black und MonsterTV, ihr könnt schon mal eine rennen Mach dich raus Ja, dann muss ich schon bitte wieder zuziehen Rennen Nein, nicht rennen Ich hab's gerade nicht nicht mehr